Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Ich versuch's nochmal mit dem Brücken Drachen, aber äh, ich habe wenig Hoffnung. Ich weiß nicht, wie ich den machen könnte. Ja, habt's ja gesehen, der haut mich ja direkt um. Ja, mit dem One-Hit ist nicht zu spaßen. Jetzt wechselt doch mal die Waffe, Junge. Oh, sitzt ja schon wieder oben, Alter. Willst du mich verarschen? Hä? Brauch nicht. Alter. Echt, was ist das für eine Kack-Attacke, ey? Alter. Ja, geh noch weiter hoch, du Idiot. Okay. Brauch was mit Feuer, Resi. Ja. Schwarzeisen. Schwarzeisen sieht für mich sehr gut aus. Habe ich denn noch mehr Schwarzeisen? Jawohl. Mal gucken. Ja, die noch kommt's ordentlich aus. Schwarzeisen. Schwarzeisen. Ich glaube, da sind wir ja auch mächtig genug, um das tragen zu können, ohne dass es doof aussieht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, macht nur noch ganz schön Schaden. Treffen muss man schon. Wo ist er hin? Da. Ja. Ja, Mist. Ja, aber gut. Mit. Äh. Ja, wenn der jetzt nur noch das macht, ist scheiße. Der muss hier wieder... Ah. So langlaufen. Ohne Feuer zu spucken. Wenn's geht. Oh. Jetzt mich verarschen. Alter. Ich komm' überhaupt nicht dazu, den irgendwie mal Schaden zuzufügen. Was soll das? Ja, ich komm', ich kann... Ich kann... Der macht ja sofort hier seine Scheiß-Attacken. schnitt er weg. Oh, Alter. Brücki, du bist nervig. Du bist extrem nervtötend. Das schaff' ich nie, ey. Weil er noch wenig Raum hat, um den überhaupt mal anzugreifen. Oh, und da muss man erst gucken gehen, wo er ist. In der Zeit greift er schon wieder an. Ja, nur mit seinem Feuer. Nur Feuer, Feuer, Feuer. So geht das einfach nicht. Der muss doch hier mal vorlaufen, Junge. Da. Ich hab' keine Chance gegen den. Ah, Junge. Du sollst die Treppe runter, du Horst. Meine Fresse. Das ist doch ein Witz hier mit dem Brückendrachen. Den kann man gar nicht schaffen. Und noch ein Flakon, Alter. Ich komm' gar nicht dazu, den überhaupt anzugreifen. Was ist das für eine Kacke? Das geht gar nicht. Ich komm' nicht dazu, ihn überhaupt mal irgendwie anzugreifen. So, und jetzt ist er wieder da hinten. Und hat wieder... volle Energie. Land ich. Komm' noch Flakons ab. Uli, uli. Nee, den kann man ja nicht. Also ich kann den nicht machen. Keine Ahnung. Andere können das vielleicht, ich nicht. Aber er scheint gar nicht wieder volle Energie zu haben, ne? Das ist halt, wenn der hier nur mit seinem Feuer ankommt, hab' ich da keine Chance. Weil er ist ja nur... mit seinem Feuer am rumfliegen. Wie soll ich das machen? Was ist das für ein Verarsche? Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung, wie man das machen soll hier. Da müsste er halt wieder vorlaufen, so wie er es vorhin mal gemacht hat. Wo ich ihn dann treffen konnte. Das hier hat keinen Sinn. Ja, genau so. So, dann mach das mal. Alter, ist doch ein Witz, ey. Es ist ein Witz. Unmöglich. Das geht gar nicht. Es geht nicht, wenn er hier nur rumfliegt und sein Feuer spuckt. Ich seh schon, ey. Ich häng' hier sogar schon an so'n... Kackgegner, den man eigentlich schon... ziemlich am Anfang im Spiel machen kann. Alter, das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Ne. Ich geb's gleich auf. Leute, ich kann mich jetzt hier nicht nur eine halbe Stunde hinstellen. Diesen... Kackdrachen. Weil ich auch gar nicht an ihn rankomme. Jetzt... hätte ich mal die Chance gehabt. Und was passiert... Er hebt ab. Nee, Leute, echt. Ja, ich hab natürlich auch keinen Flakon mehr. Ist okay. Warum auch? Wär Quatsch. Ja, nee. Leck mich. Kannst vergessen, ey. Soll ich den schaffen, Alter? Ist unmöglich. Nicht mit denen sein Angriffen da. Ich hätte mir gedacht, ja, ich greif den hier irgendwie schön mit dem Bogen an die ganze Zeit. Ja, das wird dann wohl nix. Wenn ich den überhaupt nicht treffe mit meinem Bogen. Außer wenn er da grad oben hockt und kackt. Aber da macht's ja überhaupt keinen Schaden bei dem. Oh, treffend muss man schon, du Idiot. Alter. Ist ja nicht so, dass wir unendliche Lackons haben, ne? Da ist noch ein zweiter Treffer. Ja, dann wär's schön gewesen, wenn du Idiot mal machen würdest, was man drückt. Ach, komm. Alter. Willst du mich verarschen, Spiel? Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Das ist nicht machbar. Wie soll das gehen? Kann mir das mal einer erklären, wie das hier gehen soll? Wenn der hier nur am Rumspein ist und einen mit einem Treffer tötet? Alter, das kann nicht wahr sein, sowas. Geist. Hmm. Na, jetzt geht das wieder los. Ne. Okay. Keine Chance. Oh, roll dich doch nicht dahin ab, wo der... Alter, ist das scheiße. Junge. Ah. Das geht gar nicht, ey. Der haut ja gleich ab. Die feige Sau. Da, guck dir das an. So wie ich mich nähere, zack, ist er weg. Alter, das ist doch nicht machbar. Junge, wie soll das gehen? Der ist ja nur dabei, sich zu verpissen. Oh, dann mach ich wieder den hier. Ja, ja. Fick dich, Arschloch, Drache. Fick dich ins Knie, Junge. Ist nicht machbar. Ist unmöglich. Fick dich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hm. Keine Ahnung. Habe auch die Schnauze schon langsam voll. Ich habe mir das hier wesentlich einfacher vorgestellt. Aber es geht einfach gar nicht. Es geht einfach nicht. Ja, wie soll ich denn? Ich müsste den hier abpassen, wenn der hier hochläuft. So, aber so wie er hochläuft, zack, ist er weg. So wie ich mich nähere, ist er weg. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Das ist Verarsche. Der ist nicht machbar. Ja, genau. Wenn ich ihn denn mal so hätte, dass er da steht und ich ihn angreifen könnte, kann ich ihn nicht angreifen. Weil ich dann sofort tot bin. So wie er mich trifft. Leute, das geht nicht. Kann ich ja morgen früh noch dastehen? Ist mir egal, Junge. Und tot. Hey, ole ole Spiel. Du bist super. Boah. Der ist nicht machbar. Der ist einfach nicht machbar. Geht nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schade. Hätte ihn gern gemacht. Aber... Es soll nicht sein. Weil wenn ich jetzt einmal hier bin, will ich den auch schaffen, Mann. Dann will ich hier wieder herlatschen. Nein, ich geb überhaupt keinen Bock drauf. Verdammter Scheiß hier. Blödes Mistvieh. Aber wie soll ich den machen, ey? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Bock drauf. Was. Vor allem ist es ja auch nie gewiss. Ich muss ja erstmal... Oh, alter. Ich will meine Seelen und so haben. Ja, fick dich, Mann, Mistvieh. Piss dich, Opfer. Ja, du sitzt hier. Lauf, du Arschficker. Boah, das ist ein Fetzenvieh. Was machst du denn? Alter, jetzt nimm die Waffe zweihändig, du Wichser. Ist ja zum Glück gar nicht nervig, das Spiel. Alter. Ah, ich habe einen Fetzenvieh. Ah, ich habe es gut. Geht nicht, kannst du knicken ey. Sobald man sich näher ist, ist er weg, einfach. Es ist egal, du Wichsfresse. So und schon ist er weit weg, ja und schon bin ich tot, ja Leute wir sehen uns in der nächsten Scheiß-Folge von diesem Scheiß-Spiel, tschüss.